Die Videodrohne, ein Technikwunder und ursprünglich für die militärische Aufklärung entwickelt, ist nun erstmalig auch für zivile Zwecke einsetzbar. Die Videodrohne wird von einem erfahrenen Piloten mittels Fernbedienung mit direkter Live-Bildübertragung per Funk gesteuert. Innovative, hochauflösende Foto- und Videoaufnahmen aus einer Flughöhe bis zu 150 Metern und einem Aktionsradius von 500 Metern sind realisierbar. Durch die einfache Bedienung und enorme Wendigkeit der Drohne sind neue, individuelle Lösungen im Bereich der Luftbildaufnahme möglich. Während der Erstellung unserer Filmaufnahmen können Sie durch eine Videobrille sowie einer mobilen Bodenstation Einfluss auf die Bildausschnitte und Perspektiven nehmen. Präsentieren Sie Ihre Werbefilme, Veranstaltungen, Industrie- und Landschaftsaufnahmen mit wechselnden Perspektiven. Somit können wir Ihre Wünsche schon vor Ort bis ins kleinste Detail umsetzen. Auch Rapper Smudo von den Fantastischen Vier war von der kleinen Drohne begeistert. Schon nach einer kleinen Einführung flog er seine erste Runde über das Zeltfestival Ruhr.